Hallo zusammen, ich stelle euch heute unsere neue Tourenlinie vor, bestehend aus dem Edge 88 und dem Edge FC. Bei beiden Modellen haben wir in der Konstruktion sehr darauf geachtet, dass wir möglichst viel Gewicht am Ski sparen können. Das heisst als erstes beim Skikern, wo wir auf ein Holz gegangen sind, das sehr leicht ist. Ebenfalls in der Konstruktion haben wir das Deckblatt weggelassen und haben so das obere Titanal direkt als Design verwendet. Das ist auch etwas Spezielles bei diesen beiden Modellen, da wir hier eine neue Pulverbeschichtung eingesetzt haben, wo der Schnee nicht darauf taften bleibt. Beim Edge 88 haben wir zudem eine neue Schaufelform konstruiert, wo es euch vereinfacht, eine Spitzkehre im Hang zu machen. Weiter haben wir bei diesen beiden Modellen auch eine rote Polywall eingesetzt. Das macht den Ski erstens flexibler und zweitens aber auch einfacher zum Fahren. Trotz all diesen Gewichtsersparnissen habt ihr trotzdem einen sehr stabilen Ski unter den Füssen, der euch in der Abfahrt die nötige Sicherheit gibt. Somit habt ihr mit einem von diesen beiden Modellen, sei es der Edge 88 oder den Edge FC, sicherlich der passende Begleiter für eure nächste Skitour. So, jetzt!